Hallo Mitspieler, mein Name ist Talowright und ich begrüße euch zur dritten Episode dieses Grand Theft Auto 5 Let's Plays. Wir sind gerade auf Mission mit ihm hier und sollen ein Motorrad zurückholen. Was wohl nicht richtig oder vollständig bezahlt wurde. Wir sind also Repo-Männer. Sorgen für Repossession. Weiße Tennissocken und Baderlatschen. Wir sind hier auf so einer Art Bruch unterwegs. Ja. 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 Dann gucken wir mal in die Garagen drin. Das sieht aus wie Rüstung. Okay. Hm. Oh, schau nicht. Kein Motorrad. Oh, da kamen gerade ein paar Jungs. Da ist keine Musik auf hier. Bete nichts. Keine Bringer. Keine Bringer. Keine Bringen. Keine Bringer. Keine Bringer. Keine Bringer. get out here man shit about to get real I didn't come over there by the truck. They got me peeing down shoot that gas can Damn it's a gang of niggas out here. They got they whole hood with them We ain't got beef with you. Ugly ass bitch Best reposition on here Light them niggas up Hit the fucking floor Oh yeah You still breathing homie? Yeah barely homie Shit we gotta get the fuck away from this shit Man we only came here for a bite And that motherfucker is right there Hey nigga come here we got no peace clip Let's get it We really gonna repo after all this bullshit That motorcycle is away. Where do we go inside? Damn Let's come put 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 Let's get him homie I wanna get paid Pay it ain't worth shit when you're doing 25 with an L We massacred those motherfuckers Shit Man you lost him already That's a monster fucking bike riding stupid python Motherfucker's getting away from us That's because he's sitting on a hundred and forty cubic inches right there nigga Oh shit professor you're right Uh oh Pop that fool We need him on his ass We can get what we came for UGH This punk get away We going down homie He gon pin us for all his body Und wer ist das? Mr. 80s action movie body count mother fucker? Da vorne ist er. Erg, falsche Hand. Okay. Er hätte ja nun auch aus dem Auto rausschießen können, aber dadurch dass ich ja nun den Game-Controller benutze, der noch keinen so einen analogen Stick dran hat, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Und wenn man nur mit Tastatur spielt, dann kann man das schön mit der Maus machen. Rechte Maustaste zum Zielen. Mit der linken dann schießen. Ist alles relativ easy. Aber ich hab nur zwei Hände. Okay, ne vier. Ah, ging ja auch so. 1 1 2 3 So, noch eine links. Und die nächste rechts haben wir mal eigentlich fast geschafft. Und die nächste rechts sind sie vor. Ah, steig ab. Okay. Wo muss ich denn hin mit dem Teil? Okay. Meter weiter. Wieso sollte ich das nicht meinem Chef melden, dass er die Karre einfach genommen hat? Hmm. Hier auch wieder nichts extra, vielleicht. Missionszeit wurde zu lang, neue Wege, keine Ahnung. Kopfschlüssel 4 von 6, 0. Treffergenauigkeit 58%. Hmm. Aber das kann man ja auch alles später nochmal neu spielen, wenn man möchte. Die einzelnen Missionen. Steuern. Okay. Jo, sind wir erstmal. Frank und frei. Du kannst überall in San Andreas Fremde und Freaks treffen. Du findest sie bei Fragezeichen. Da ist ein Fragezeichen, genau wie von meinem Crib. Nehmen wir doch da mal hin. Können wir hier rüberklettern? Was ist da das denn? Auch nicht schlecht. Okay. What the fuck is wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smokin'. And what about you? Smokin'. I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. Huh. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever. If that's how you feel. What the fuck do I know about turning cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'm gonna show you. Come on. Alright, dude. Shit. Shit. Hey, look. Let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Begib dich zum Abschleppwagen. Yeah. Text me later. Der ist aber ein paar Meter weg. Where are your wheels at? Heh. Ah, wo sind deine Räder? Wo sind meine Räder? Gib mir mal Räder. Heh. Na komm. Wir machen ja so weit. What then? Ach, bin ich über einen Fusi fahren? Heh heh heh. Hm. Okay. Let's do it against Sam. Tonja, bitte auf deine Füße aufpassen. Ist da vorne irgendwas? Ja, dann müssen wir ein Auto besorgen. Oh, hey Pops, wassup? Hey, what? All right, shit, where are we going? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh man, how did I get dragged into this? We both know you've always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I'm baby does now and again just for the taste. Baby does. Oh Gott. Flüchten. Will uns wohl jemand hier sehen, wie wir das Auto geklaut haben. We still have to go back and see. What we got here to do today. No, we still have to go back and see. What's that? Oh jeez, ma'am. Wow, ghostie, ha'am. I feel like we're hard to do. I feel like we need to have to leave the lights. Ähm, wenn der Scanner blinkt, haben sie uns gesehen? Hab ich dort richtig irgendwo aufgeschnappt? Wo sind sie denn? Da vorne parkt ein Polizeiwagen auf der Map. Oh ja, die Bauernstraßelsperrenhof. Wir haben eine Festnahme. Haben Sie! Buto! 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 Okay. Das ist Stopp. Ach, wo bin ich jetzt hier landet? Jesus! Karre! Regelt schon wieder überhaupt nicht mehr. Oh, wo sind sie? Oh, 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 Wasser! So. So, wir kommen jetzt hier wieder weg. Oh, schlecht. Oh, nicht. Gefahr! Oh, wie ich auf die Hauptstraße rauf komme. Ah, no. Das ist nicht die Hauptstraße. Das ist die Hauptbahnlinie. Ja, wenn man auch nicht so ortskundig ist, ist das ein bisschen schwierig. Oh, ned? Oh, jetzt, ich kann das nicht mehr weg. Oh, ich muss nicht mehr sagen. Ach, das ist das ein bisschen links. Oh, so, ich komme es nicht mehr zurück. Oh, nein, 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 nein. Also die Steuerung hat definitiv einen Knall. Das ist mal da und mal ist es nicht da. Das, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, dass ich einfach rechts antippe, um einfach nur ein klein bisschen einzuschlagen und eher ein bisschen nach links lenkt. Und das macht die Steuerung teilweise echt super schwierig. Und das ist aber auch manchmal weg. Also, echt merkwürdig. Son of a bitch has entered the freeway? Vorentagspolizei. Es macht ja auch keinen Sinn hier weiterzufahren. Oh, come on. Oh, oh. So, aber normaler Asphalt wäre auch toll. Und wir steigen um auf irgendeinen Vierradantrieb lang hier. Oh, 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 oh. Oh. Ey, die Karre macht, was sie will. Es ist abartig, Leute. Es ist wirklich abartig. Irgendwo hier verstecken keine andere Karre in Sicht weiter zum Umstellen. Okay. Mit der Tante kannst du ja auch nicht flüchten. Die will ja nicht laufen. Vor uns. Ach, wir haben sie geschafft. Okay. Wir brauchen heute Auto. Aber da vorne stehen ein paar. Okay, der zweite, der sieht doch schon mal recht flitzig aus. So, und jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder quer über die Insel zurück. Ah, der fährt sich wieder einwandfrei. Erstmal. Kann sich aber vielleicht schnell ändern. Oh, ne, geht ja, da vorne ist es schon. Ups. Ja, doch, Tonja. Und das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge holen wir das Cha-Ching nach Hause. Und Tonja wird uns gleich zeigen, wie das geht. Also wir werden uns da den LKW begreifen und haben damit irgendwas zu erledigen. Das sehen wir aber, wie schon angedeutet, in der nächsten Episode. Ja, Moment, Tonja. Bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Und ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch, ein Abo oder einen Kommentar da lassen. Ansonsten einen wunderschönen Tag.